Nicola Berti ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler. Karriere Nicola Berti war Mittelfeldspieler und Mitglied der legendären Intermannschaft um Trainer Giovanni Trapattoni, die in der Saison 1988-89 den Scudetto, den italienischen Meistertitel, gewann. Insgesamt bestritt er für die Nerassuri 311 Spiele und erzielte dabei 41 Tore. Während dieser Zeit spielte er mit Spielern wie Walter Zenger, Giuseppe Bergomi, Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und später Juri Giokev, Diego Simon und Ronaldo zusammen. Außerdem gewann er mit Inter Mailand 1.991, 1.993, 1.994 und 1.997, 1.998 den UEFA-Pokal. In den Finals 1.991 und 1.993 und 1.994 traf er. Vor seiner Zeit bei Inter Mailand spielte er beim AC Florenz und beim AC Parma. Nach seinem Abschied von Inter spielte er noch in England für die Tottenham Hotspur. In Spanien bei Deportivo Alavs und Australien für Northern Spirit FC. Für die italienische Fußball-Nationalmannschaft bestritt er zwischen 1988 und 1995 insgesamt 39 Länderspiele, in denen er drei Tore schoss. Er nahm an den Weltmeisterschaften 1990 in seinem Heimatland und 1994 in den USA teil. 1990 wurde er im Spiel um Platz 3 gegen England eingewechselt und traf in der Nachspielzeit zum 3 zu 1. Diese Tor wurde im Rahmen einer krassen Fehlentscheidung aberkannt. 1994 nahm er an mehreren Spielen teil, meistens als Auswechselspieler. Erfolge Italienische Meisterschaft Italienischer Super Cup UEFA Pokal League Cup 1. 2. 8. 11. 10. 11. 10. 12. 18. 14.